Ich merke immer wieder, dass Snowdonia mich erdet. Es ist eine wunderschöne Natur, es ist überall Natur. Es ist eigentlich wunderschön, wenn das Wetter mitspielt. So, probieren wir mal heute vernünftige Fotos zu machen. Blende 9, 25 Sekunden, ISO 160. Ich muss ein bisschen gucken, ob das passt mit dem Licht oder nicht. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall, ob es was wird oder nicht. Scheiße, ist das schon. Ist das schon. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ich bin heute bei Limpadam angekommen, jetzt gerade. Das ist ein See in Snowdonia. Und hinter mir, das ist der Baum, der nennt sich The Lonely Tree. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier bei Limpadam angekommen, Olympadam. Ich bin jetzt mal auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier bei Limpadam. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020